So, willkommen zurück zu Episode 1 von NETA Hier sind wir verreckt und hier machen wir natürlich auch weiter Ach, Scheiße Boah, Mann Ich bin jetzt hier wieder hier landet, ey Hier will ich doch gar nicht hin Was soll denn das? Man, bin ich denn hier überhaupt richtig, ey? Oh, Mann Pfff Alles gut Pfff Pfff Pfff, triegeid euch, ey Pff 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 Oh Mann, ich weiß nicht wo lang, ey. Das ist doch assi, Alter. Das ist typisch Billig-Entwickler, ey, die wissen nicht, was sie machen, ey. Hier ist ein Hebel. Ich mach drei Kreuze, wenn ich das Spiel durch hab, ey. Drei Kreuze, wenn irgendetwas verdammt, ich spiel durch hab. Boah, nochmal würd ich das nicht spülen, ey, da kacht der, aber dann. Kopf, Alter. Äh, hallo? Scheiß Sackgasse hier! Was läuft denn hier verkehrt? Na super, ey. Check die vorne mal. Mhm. Das ist doch dumm, Alter. So, willkommen zurück. So, ich hab jetzt zum dritten Mal die Mission nochmal gespielt, bis ich hier einen Sonsspeicherpunkt hier vorne hab. So. So. Jetzt machen wir hier weiter. Oh, ich mach drei Kreuze, wenn ich das verdammte Drecksspiel durch hab, ey. Ich seh so viel hier, ey, nehm ich gar nix. Hm. So. So. Überall diese Scheiß. Bärenfallen, ey. Ist ja zum Glück, haben wir abgespeichert. Und das hätten wir zum vierten Mal nochmal spielen müssen. Ich hab noch. Wir haben noch einen Lattenschuss, Alter. Normal ist jetzt nicht. Und der dumme ist, Alter, ich kann nicht rennen und komm hier wieder nicht durch. Was eine beschüssene Scheiße, ey. Was eine beschüssene Scheiße, ey. Der kann auch nicht mehr richtig rennen, ey. Der ist so belastend, ey. Na. Oh, Mann, ey. Das ist ein scheiß Labyrinth hier, ey. Eh, wohl lang, eh. Eh, wohl lang, eh. Boah, ist dat anstrengend, eh. Boah, ist dat anstrengend, eh. Boah, ist dat hier zu? Boah. Boah. Boah, ey. Das gibt's nicht, eh. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspiele, oder ob ich das gewinne, aber das geht überhaupt nicht, eh. Boah. 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 Boah.